Nenne mir die vier Elemente, verlangte die Lehrerin von Annemarie. Das Mädchen zählte auf Erde, Wasser, Feuer und Bier. Bier fragt die Lehrerin, wieso denn Bier? Und Annemarie antwortet, immer wenn mein Vater ein Bier trinkt, sagt meine Mami, jetzt ist er wieder in seinem Element. Eine 70-jährige Witwe entscheidet sich dazu, sich mal wieder einen Mann anzuschaffen und gibt eine Kontaktanzeige auf. Suche Mann um die 70, du solltest mich weder schlagen noch auf mir herumtrampeln und immer noch gut im Bett sein. Am nächsten Tag klingelte es an der Tür. Die Witwe öffnete und erblickte einen grauhaarigen Mann, so um die 70 Jahre, der in einem Rollstuhl sitzt. Er hat weder Beine noch Arme und die Dame fragt, kommen Sie wegen der Kontaktanzeige? Und der Mann antwortet, ja. Darauf sagt die Frau, Sie haben aber keine Beine. Und der Herr antwortet, das stimmt, deswegen kann ich auch nicht auf ihn herumtrampeln. Das leuchtet der alten Dame ein und sie meint, aber, äh, Sie haben auch keine Arme. Darauf meint der Rollstuhlfahrer, äh, dann kann ich Sie also auch nicht schlagen. Zweifelnd meint die Dame, aber wie wollen Sie denn dann noch gut im Bett sein? Darauf antwortet der Mann, na was glauben Sie wohl, wie ich an der Tür geklingelt habe? Ein Mann kommt in den Himmel, an der Pforte begrüßt ihn Petrus mit folgenden Worten. Willkommen, hier kann sich jeder aussuchen, mit wem er die Ewigkeit verbringen will. Du kannst wählen zwischen einer Jungfrau und einer Geschiedenen mit zwei Kindern. Ohne zu zögern entscheidet sich der Mann für die Jungfrau. Eine Tür öffnet sich und Mutter Teresa betritt den Raum. Petrus betrachtet die beiden kopfschüttelnd und murmelt, verdammte Kacke, jetzt habe ich immer noch keine Begleitung für Pamela Anderson. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%.